Katalog Nr. 13 Traunstein K. Brauner Prämienhengst, gemessen mit einem Stoppmaß von 170 cm, geboren im März 2017, abstammend von Toto Junior, United und Belisar. Mit der Glückszahl 13 freuen wir uns Ihnen eine absolute Perle österreichischer Warmblutzucht anbieten zu dürfen. Ein Gewinner, wo immer er auftritt. Landessieger Fohlen 2017, Chörsieger 2020, Sieger seines 14-Tage-Tests und Sieger seiner Sportprüfung. Und seit letztem Jahr ziert ein weiterer Titel seine Erfolgsliste. Sieger der vier- bis fünfjährigen Dressurpferde des Bundeschampionats 2021. Bei der Notenvergabe wurde die magische Neunergrenze mehrfach getoppt. Sein Vater, Toto Junior, ist direkter Nachkomme des Jahrhunderthengstes Totilas. Die Mutter Candice brachte mit Championess K. die Siegerin der Bundesjungstutenschau 2018. Katalog Nr. 13 Traunstein K. Ein Gewinner vom Scheitel bis zur Sohle.